Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los! Aaaaaahhh! Aaaaaahhh! Duh! Duh! Aaaaah! Oh, ich bin gruselig. Oh, ich bin gruselig. Oh, ich bin gruselig. Oh, ich bin gruselig. Oh, man. Oh, ich bin gruselig. Oh, ich bin gruselig. Ja, hilf mir mal damit. Okay, bereit? Komm schon. Es gibt noch mehr. Türen versperren. Das wird ziemlich lange auf. Das klingt nicht gut. Oh nein. Elin, den go! Der ist auf der Bode. Oh, Scheiße! Oh, puh! Was war das für ein großer Typ? Er ist schon sehr lang infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsschunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte! Klettern wir auf die Bühne. Hilf mir herauf, Jules. Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's. Gut, kommt, Jane, kommt. Joel, hinter dir! Oh, gammbe Scheiße! Oh, Scheiße! Okay, okay! Rushlet! Keiner ist der Letzte. Mach ihn endlich fertig! Oh, ich hasse diese Dinger! Zieh mich hoch! Okay, geschafft, dann los! Komm hoch hier! Okay. Hier lang! Wir sind leichte Beute! Hier ist noch eine Leiter! Rüster! Lauf weiter! Ich bin hinter dir! Rüster! Rüster! Einen draus! Los! Na, das lief ja toll. Okay, ähm... Ich geh und seh mich hier hinten um. Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest! Das hier war Plan A, B, C. Komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann sich den Job... Lass dir völlig Tester raus! Ganz aus, hab dich mit! Scheiße. Den Zeug war diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Ja. Und... Er... wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs! Das Ding läuft noch! Das ist meine Batterie! Das verdammte Arschloch! Steig aus! Steig aus! Okay. Mann! Die Batterie ist leer, aber... Die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Was meinst du? Ja. Ich meine, du fährst und wir schieben.